... Ich habe heute eine Freitagung. Die Pflicht? Nein, die andere ist frei. Nein, sie ist morgen wieder da. Ja, das ist immer noch eine Frau. Gehen wir. Hast du den Brief? Was? Hast du den Brief? Ja, ich muss ihn an meinen Papier stellen müssen. Okay. Die muss er schicken. Auf jeden Fall. Nein, jetzt geht es ihm schon gut. Machen wir es ja schon. Machen wir es ja schon. Machen wir es ja schon. Bitte. Aber er hat nicht voll lassen. Aber er hat wissen seine Sendungen, was ihm weht da hat, er hat gefinden lassen. Aber er hätte dir gehalten, was er hatte. Das eine Million Wehr bettet. Und die hat er gefehlt und auch an den Platz, weil er dort auf die飯 gehen wollte. Ah, ja. Aber Sie haben das jetzt gesagt, dass es so krank war, die können ja nicht die ganze Familie auf der Straße hinsetzen, das geht ja nicht. Nein, Sie können ja schon, Sie sind für den Wegstück. Nein, das ist nicht. Kinderfilter gemacht, das muss man ja schon. Ja, ich habe es hier gesagt, ich habe noch keinen, das ist gut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.